Hi zusammen, ich liege jetzt schon im Bett. Morgentraining ist vorbei. Wir haben halt wieder halb sieben angefangen. Ich war mit zwei von den Tag-Kämpfern, die ich gestern interviewt habe und mit dem einen, wo ich Sparring gemacht habe, im Park Joggen. Wir sind zwei große Runden gelaufen, in einem richtig hohen Tempo. Ich glaube, das waren locker zwölf bis 15 Kilometer vielleicht. Also eineinhalb Stunden haben wir auf jeden Fall gebraucht. Danach im Gym haben wir noch ein bisschen was am Sandzack gemacht. Knie, Dauerknie, dann ein bisschen Kicks. Zusammen noch geklincht, einige Minuten, eine längere Zeit. Alles mögliche an Übungen, dann auch ein paar Kraftübungen gemacht. Gedehnt, dann habe ich kurz geduscht und bin essen gegangen. Jetzt bin ich sehr müde. Ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Meine Muskeln fühlen sich schon sehr taub an mittlerweile. Im Nachmittag Training werde ich dann gucken, dass jemand was aufnehmen kann. Heute Morgen war leider keiner da, der was hätte aufnehmen können. Aber ich denke, am Nachmittag werdet ihr mehr zu sehen bekommen. Schaut wieder rein. Ciao, ciao.